Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja gut, man kann nicht Entscheidungen vorwegnehmen, aber so in den Presseberichten, wie sie jetzt kam, schon aus Frankfurt und aus den medialen Themen, ist es so, es ist zu erwarten, dass es erstmal auf eine Aussetzung hinausläuft, was aus meiner Sicht auch im ersten Schritt erstmal nachvollziehbar ist, aber was natürlich auch große Probleme mit sich bringt, weil die Wirtschaftlichkeit, gerade von den Vereinen der dritten Liga, ist damit weiterhin beeinträchtigt. Man kann dann auf bestimmte Maßnahmenprogramme der Regierung, die die Regierung letzte Woche bekannt gegeben hat, nicht reagieren, wenn das so zustande kommt. Damit meine ich bewusst das Thema Kurzarbeit, was ja dann zu Buche steht, weil wenn eine Aussetzung stattfindet, dann müssen wir ja alle davon ausgehen, dass in drei, vier Wochen der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Entsprechend müssen dann alle zu 100 Prozent ja auch weiterarbeiten. Das wäre in einem anderen Szenario bei einem frühzeitigen Saisonabbruch eben nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, wird es auch starke Diskussionen geben, aber ich gehe davon aus, dass das momentan avisiert ist, dass eine Aussetzung anberaumt wird. Ja, aufgrund der aktuellen Entwicklung, die wir jetzt seit letzter Woche Freitag ja haben, in dem da Kitas geschlossen wurden und Schulen geschlossen werden oder Bars und Restaurants dann noch vorzeitig den Geschäftsbetrieb beenden müssen, haben wir uns auch entschieden, dass es nicht vertretbar ist, dass wir unsere Jungs jetzt hier in die Kabine reinsetzen, wo sie Haut an Haut oder Eng an Eng sitzen. 25 Leute, das ist so nicht nachvollziehbar, das können wir nicht gewährleisten. Also haben wir die Jungs erst mal vom Trainingsbetrieb rausgenommen, haben aber den Trainer informiert, dass er entsprechend oder den Trainerstab informiert, dass sie entsprechend ein Trainingsprogramm erstellen für die Mannschaft und dass jeder individuell dazu aufgerufen ist, dieses Trainingsprogramm dann eben abzuarbeiten bei sich zu Hause. Ja, es ist jetzt genau die Sache, wir arbeiten jetzt daran, die bestimmten Szenarien mal auch zu planen, auch finanziell dahinter zu planen. In jedem Fall ist es so, dass wir auf jeden Fall einen größeren Verlust hinnehmen werden müssen, aber da sind wir ja nicht der einzige Verein. Es sind viele Vereine davon betroffen, aber auch viele Wirtschaftsunternehmen, das geht halt allen so. Bekannt ist, dass wir natürlich eine gewisse wirtschaftliche Stabilität haben und natürlich war die nicht für diesen Zweck gedacht, aber die hilft uns natürlich jetzt aktuell ein Stück weit ruhiger die Dinge angehen zu können, aber dennoch sind wir gefordert, auch den Verein und die Gesellschaft entsprechend zu schützen und bestimmte Maßnahmen dann voraus zu planen, wenn sie dann eintreten, diese auch umzusetzen. Ja, also wir haben jetzt heute alles soweit mit den einzelnen Abteilungen besprochen. Wir werden alle Sicherheitsvorkehrungen entsprechend auch einhalten. Wir werden das auf das Nötigste reduzieren an Anwesenheit, aber unsere Arbeit eben auch beständig weiter durchführen. Das ist jetzt wichtig in der Situation, dass man eben jetzt nicht alles auf Null fährt, sondern dass man das beachtet, was da mitgegeben wird. Ich denke, da kann man einiges dazu beitragen, aber dennoch können wir auch sehr konzentriert und fokussiert weiterarbeiten. Genauso wie es die Spieler dann machen müssen zu Hause mit ihren Trainingsplänen, die es aktuell in der Woche, so müssen wir es halt auch auf dem anderen Gebiet umsetzen. So werden wir es auch umsetzen.